Huhu, hier ist Dora von Dorascorna! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video! Ja, lange nicht gesehen, lange nicht gehört auf diesem Kanal. Das soll natürlich nicht immer so bleiben, also vielen Dank für die lieben Nachrichten, die mich erreicht haben. Also ich bin jetzt nicht ganz verschwunden. Zwischenzeitlich habe ich versucht, das eine oder andere auf anderen Kanälen wie Instagram zu posten oder halt Pinterest etwas hochladen, denn das war für mich einfacher, denn in der Zwischenzeit, in dem letzten halben Jahr, habe ich mich mehr meinem Beruf gewidmet, denn da habe ich quasi eine nächste Stufe erreicht. Also musste mich da mehr darauf fokussieren, einfach das, was ich jetzt mache, zu perfektionieren. Und ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt meine Freizeit mehr genießen und mehr mich dem widmen, was ich liebe. Und das ist das Stempeln und Basteln mit Papier. Von daher hoffe ich, dass ich zukünftig öfters hier wieder da sein werde. Ich möchte jetzt keine Versprechen machen, aber das ist so mein Ziel. Mal schauen, ihr werdet sehen, ob das klappt. Ich möchte euch heute ein kleines Projekt zeigen. Ich habe etwas rum experimentiert, jetzt schon für Weihnachten, weil, tja, wie das immer so ist, Weihnachten steht es plötzlich vor der Tür. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mal, was für Produkte wir in dem kleinen Minikatalog haben. Juli, Dezember ist der gültig. Und das hat mich jetzt hier von der Seite 67 dieses Produktpaket schon lange angesprochen. Und das habe ich hier auch zu Hause schon ein bisschen länger liegen. Nun habe ich jetzt überlegt, wäre Zeit, es zu aktivieren. Wir haben hier zu tun mit einem Produktpaket. Das heißt, wir haben hier einmal Stempel, feierliche Anhänger und Stanzen. Wir haben viele verschiedene Motive, die hier quasi mit ausgeschnitten werden können. Und darüber hinaus etwas ganz, ganz cooles. Und zwar, das sind diese Anhänger. Wie man hier unschwer erkennen kann, kann man das klappen und quasi auch auf Geschenke irgendwie draufbatschen. Und hier sogar etwas, was zu einem kleinen Umschlag für einen Gutschein oder so verwendet werden kann. Wir werden uns heute nicht allen diesen Sachen widmen, sondern ich will eine Karte basteln. Und dafür brauche ich noch das. Das sind die klassischen bestickten Rechtecke. Das ist jetzt das Größte, was ich ausgewählt habe. Ihr müsst das nicht haben. Ihr könnt das auch, ich sage mal, freie Schnauze einfach so aus dem Papier ausschneiden später. Da sage ich euch jetzt hier schon die Maße. Das ist so 10x13,5 cm. Nur zur Orientierung. Genau. Was ich sonst noch brauche, ist etwas Papier. Und ich habe mir das Gastgeberpapier hier ausgesucht. Das ist vielfältig feierlich, heißt das. Das sind nur Beispiele, da gibt es ja noch viel mehr. Wie immer beidseitig bedruckt. Total geil. Ja, genau. Schön. Und ich habe gedacht, ich werde mich hier in dem Aquamarine-Bereich bewegen und habe mir diese Wellen, die schon so ein bisschen vielleicht Schnee anmutten, entschieden. Das nehmen wir uns also. Meine Farbkombination wird schlicht und einfach sein. Ich arbeite nämlich mit Chilirot. Deshalb habe ich hier auch das Stamping Pad in Chilirot. Und ja, was habe ich denn noch in Chilirot? Genau, das da. Ich glaube, das ist aber ein altes Band. Ich weiß nicht, ob man das noch bekommen kann. Dann hier noch so ein Garn. Ja, lange redet, kürzer Sinn. Bisschen Schmuck, was auch immer ihr mögt. Und ja, lass uns einfach loslegen. So, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Ich habe nämlich schon die Basis zugeschnitten. Das ist ein ganz normal DIN C6 Format. Genau. Dann seht ihr hier, was ich gemacht habe. Aus meinem Designerpapier habe ich aus den Rechtecken hier das Teil ausgestampt. Dann habe ich die feierlichen Anhänger. Das kommt in einem Stück ausgestampt und einmal durchgeschnitten. Das ist ganz wichtig, denn wir brauchen eigentlich nur die eine Seite. Dann habe ich diese wunderschönen kleinen Herzchen ausgestampt. Drei Stück an der Zahl brauchen wir da. Und auch die Schneeflocken brauchen wir drei Stück. Was ich dann gemacht habe, ist in meinen Chili Farbe habe ich die beiden Handschuhe gestempelt und entsprechend mit der süßen Stanze hier ausgestanzt. Und das ist das Ergebnis. Ich glaube, da braucht ihr sicherlich keine Tipps als Profis, wie man diese Handschuhe stempelt und stanzt. Geht ganz einfach. Und als nächstes habe ich hier zwei Sachen, weil ich will eigentlich Karten für meine Familie in Polen machen und deshalb habe ich mir hier auch aus dem gleichnamigen Set hier diese Runde, also den Kreis mit dem gesteppten beziehungsweise bestickten Rand ausgedruckt und mein selbstgemachte Stempel hier draufgestempelt, was so viel heißt wie frühe Weihnachten. Das gleiche könnt ihr natürlich aus dem Stempel Set machen. Hier zum Beispiel frühe Weihnachten. Dafür ist der Kreis allerdings zu klein. Also habe ich auch aus den selben Stanzformen etwas genommen. Und zwar das da. Wie ihr aber seht, ist das Label hier ein bisschen kleiner, denn ich habe das zweimal gestanzt, einmal normal angesetzt und einmal nochmal oben drauf versetzt, damit ich nicht zu viel weiß hier mit drin habe. Und das Etikett ist entsprechend hier verkleinert, hat aber dennoch diesen wunderschönen bestickten Rand. So, das ist schon einmal zur Vorarbeit. Wie setzen wir das Ganze zusammen? Das ist nämlich, finde ich, der spannendste Teil. Ja, dann habe ich ein bisschen länger getüftelt und ja, habe, wie ich meine, optimale Ausrichtung gefunden. Also zu einem würde ich einmal hier oben mit einem Lineal so circa drei Zentimeter abmessen und eine kleine Markierung machen. Warum brauche ich die? Weil ich nämlich diesen, dieses bestickte Viereck nochmal, das war in der Größe 10, ne Quatsch, 9,5 ist es jetzt geworden, 9,5 mal 13 Zentimeter. Achso, ja, weil das nämlich das Innere ist, ne? Die bestickten Rechtecke, da verschwindet jetzt der halbe Zentimeter, weil es ja Innen und Außen stand und das Innere ist halt eben kleiner. So, warum ich diese Markierung gemacht habe, weil ich genau da so ungefähr ein Zentimeter von oben meine Auflage draufsetzen möchte und achte dabei darauf, dass hier diese Ecke nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, ich hoffe, dass ihr das seht. Das heißt, ich werde das so draufkleben und kann mir, um das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, auch hier unten schon mal eine kleine Markierung machen, bis wohin muss ich da jetzt gehen. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich jetzt mache, ne? Wenn ich jetzt das so aufkleben möchte. Ich nehme das, drehe um und versehe genau rechts und unten diesen Rand mit Kleber. Dazu nehme ich ganz normal Tombo. Da müsst ihr auch nicht sonderlich viel, das ist ja nur hier am Rand bis zu Ende, ne? Hier Ende, da Ecke und da Ende. Und was ihr hier macht, ist von der Markierung nach rechts, ja? Und zu dieser Markierung hier unten ebenso einmal den Rand mit Kleber versehen. Mehr braucht ihr theoretisch nicht. Dann nehmt ihr das jetzt nochmal zurück. Hier ist die klebende Seite, so dass im Prinzip alle vier Seiten mit Kleber versehen sind und jetzt macht ihr das genauso, wie ich das vorhin zeigte. Hier anlegen an dieser Markierung und hier drauf achten, dass die weiße Ecke nicht zu sehen ist. So, genau das meinte ich. Dann klebt ihr euch das fest, also druckt einfach an. Nehmt ein Schneidewerkzeug, was ihr am meisten oder was ihr gerne nutzen möchtet und dann schneiden wir uns quasi den Rest, den abstehenden Rest hier einmal ab. So, einmal weg und einmal da anlegen und weg. Aber Achtung nicht so doll, damit hier nichts beschädigt wird, weil das ja, ne? Da geht ja die Karte auf. Also muss schon noch die Funktion nach wie vor möglich sein. Genau, das ist so die Ausgangslage. Jetzt nehmt ihr euch das Label sozusagen vor. Da brauchen wir einmal ein Band. Also wie gesagt, ich nehme mir dieses Chilifarbene. Ich mache das immer so, dass ich einmal kurz die Enden versiegele, also ohne dass die gleich natürlich komplett irgendwie weggeschmolzen werden. Da musst du ein bisschen aufpassen, wenn ihr das machen wollt. Und dann gehe ich mit dem Band hier einfach durch und mache mir, schneide mir hier einfach so viel ich brauche und ich brauche nicht viel. Na, das ist nun, weiß ich nicht, zwei Zentimeter vielleicht nach oben, wenn es hochkommt. Und auch die zweite Seite versiegele ich, ohne dass es schmelzt. Einfach nur, damit mir das nicht aufrubelt. Genau, da rubelt es nämlich. Das habe ich nicht so gut gemacht. Jetzt muss ich hier doch ein bisschen mehr machen. So, jetzt brauche ich hier den Garn hier einmal. Nicht so viel und fixiere das quasi mit den Fingern. Ich halte das nach wie vor. Dann würde ich jetzt einmal hier durchgehen und mir das so flachlegen. Hier anziehen und einen Knoten erstmal binden, um das einmal zu fixieren. Und jetzt, wo der Knoten schon da ist, kann ich direkt eine kleine Schleife binden. Die dann hübsch machen, also anziehen, wieder binden. Und wenn mir hier ein bisschen was zu viel ist, dann schneide ich das ab und kann meine kleine Nasen hier von dem Band darunter nochmal auseinander läden oder ziehen. Und dann habe ich halt sowas. So, das werden wir nämlich hier direkt mit dem Kleber auf die Karte kleben. Einmal drumherum hier ein bisschen in der Mitte. Und das mache ich so, dass quasi das Ding hier nicht über die Karte schaut, sondern in der Karte sich befindet und doch recht hier ziemlich am Rand meines Designerpapiers. Und das hier so ungefähr der gleiche Abstand ist. Also, weiß nicht, ein Zentimeter. Also, so wie das jetzt hier ist. Dann nehme ich mir meine Handschuhe vor. Da würde ich die einmal verkleben, indem ich die hier übereinander lege. Das ist eigentlich vielleicht nicht so gut geworden. Weiß ich nicht. Also, so ein bisschen versetzt. Drehe mir die einfach einmal um. Und dann brauche ich ein wenig Dimensionals. Die lege ich mir. Uh, das war jetzt nicht das Richtige. So, einmal hier, einmal da. Und vielleicht noch einen hier an die Seite. Ziehe mir die Schutzfolie ab. Und hier oben mache ich ein bisschen Kleber, damit sie ein bisschen mehr, ich sag mal, Dynamik entwickeln und ein bisschen schräger sind. Und packe die quasi hier an dem Rand, dass diese schräge damit verdeckt wird und überlappe oder ich sehe zu, dass ich hier den einen Handschuh quasi hier an diese Linie längst befestige. Genau. Das ist das eine. Dann würde ich mir die Sternchen vornehmen und die Herzchen. Und zwar ist das ganz einfach. Ich versehe die einmal mit Kleber. Und bevor ich das tue, schneide ich mir ein Sternchen einfach durch. Und zwar entlang dieser perforierten Linie. So, dass ich im Prinzip, uh, nicht abrutschen bin ich ein bisschen, aber ich glaube, das macht nichts. Ja, das sind so die zwei Hälften. Die würde ich jetzt auch mit Kleber versehen. Also, ich fange einfach mit den Sternen an. Ich mache das tatsächlich auch mit Tombow. Da müsst ihr gucken, ob ihr nicht den Präzisionskleber braucht. Das ist tatsächlich, ja, ich sag mal individuell, je nachdem, was ihr da bevorzugt. Ähm, ich kann das, ehrlich gesagt, recht gut mit dem Tombow. Ich drücke ihn also jetzt nicht voll durch, sondern, ja, ähm, mit Fingerspitzengefühl einfach so ganz kleine Tropfen von dem Tombow kommen dann auf die, ähm, Schneeflocker. Haben die wieder Sterne gesagt? Ich glaube, ich sag immer Sterne, ne? So, so. Ich zeige euch, wie das aussieht. Also, ich mache hier so, so kleine Drops hier einfach oben drauf. Wo ich den jetzt schon in der Hand halte, den kann ich schon mal eben befestigen, ohne dass ich mit der Hand hier in die frisch beklebten reingehe. Den würde ich, ähm, einmal hier so leicht versetzt hier unten platzieren. Uh, das war jetzt nicht schön. Ich hoffe, dass das mehr nicht verschmiert. Das war so nicht geplant. Oh, ich glaube, ich habe hier geschlappt. Ich habe hier so, zwei vergessen. Eigentlich wartet man ein bisschen, bis die einziehen, dann kleckert das nicht so viel, falls noch irgendwas rausflutschen soll, sondern, ähm, das ist fester und stört nicht, beziehungsweise, ja, verschmiert halt nicht. So, diese Hälfte nehme ich und gucke einfach, ne? Ich habe hier eine Schneeflocke, hier eine und dann würde ich einfach hier unten diese halbe nochmal befestigen. Und analog, einmal kurz warten, dass das tatsächlich hier einmal anzieht. Analog nehme ich diese hier und mache die, mach die, ist nichts passiert, mache die oben drauf. Also, im Prinzip, soweit es geht, hier nach oben. Perfekt, ne? So sieht das aus. Das, ja, ich finde mit der Kombination mit dem Papier, das sieht echt ganz cool aus. Genau, was mache ich mit den Herzchen? Ähm, ja, ich würde erst mal mir überlegen, ob ich hier dieses deutsche Etikett nehme. Eigentlich möchte ich das nicht, weil ich brauche die anderen. Aber ich will euch zeigen, dass es natürlich auch irgendwie gut aussehen wird. Ich entscheide mich dennoch für meine Version, weil, ja, ich muss ja schon vorarbeiten. Äh, das ist ja so die Frage der Zeit, die man hat bis zu Weihnachten. Und ich bin eigentlich recht gut im Planen. So, ich werde mir also dieses Runde hier platzieren, ähm, sodass ich im Prinzip von dem, Etikett, diese schöne Welle hier noch zu sehen habe. Und hier so ein bisschen bedeckt. Das Ganze, die drei Herzchen, die kann ich auch komplett von der anderen Seite mit Kleber versehen. Mein Tombo wieder. Und die würde ich jetzt hier an verschiedenen Stellen platzieren, um ein bisschen mehr Dynamik dem Ganzen zu geben. Einmal hier quasi an dem Rand. Dann würde ich hier einmal tatsächlich so ein bisschen angeschrägt. Das mag ich gerne, ne, dass sich das so ein bisschen bewegt. Also was heißt bewegt? Ja, alle von derselben Seite, das wäre ja langweilig. Deshalb mache ich, ähm, dieses Herzchen hier einmal noch mal in die andere Richtung. Ich kann ja ein bisschen höher oder so. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, ne? Das ist so die Zwischen, ähm, der Zwischenstand. Dann nehme ich in meinem Fall hier Straßschmuck und, äh, habe mich hier entschieden auch für die Aquamarine, ähm, Farbe. Und das setze ich hier einmal auf diese beiden Sterne. Und da ich drei verwenden möchte, habe ich jetzt gedacht, ich kann das dritte ganz gut hier oben drauf auf diesen Knopf von den Handschuhen drauf tun. Also, ich glaube, das kann man gut machen. Ja, im Prinzip sind wir tatsächlich schon fertig. Ich kann euch zeigen, dass ich hier ein bisschen vorproduziert habe. Ich habe mir bei einer Variante überlegt, dass ich dieses wunderschöne, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon entdeckt, diese Plüsterfarbe, Schneeakzente einsetze. Das habe ich auch getan. Ich möchte euch das Ergebnis mal präsentieren. Also, ich weiß nicht. Irgendwie sieht das nicht gut aus. Also, hier ist das komplett quasi verschwunden. Ich hoffe, dass man das ganz leicht erkennt. Und hier ist das mit der Farbe einfach, ähm, ja, hat sich verfärbt. Ich hatte ja erwartet, dass es weißer Schnee wird. Aber irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Oder das ist so. Hier oben sieht man, das ist ein bisschen weiß geworden. Aber hier, das ist doch hier jetzt nichts. Ist weg. Ich weiß nicht. Ich werde hier noch ein bisschen experimentieren und warten, ähm, bis das gut antrocknet. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich, ja, das noch benutze. Und wofür ich vor allem das benutze, wenn ich das auf farblichen, ähm, oder auf Farbkarton eigentlich nicht wirklich so als schöner Effekt, schönen Effekt empfinde. Vielleicht passt das auf weiß besser. Das muss ich mal einfach gucken. Na, und dass das hier irgendwie die, sich mit der Farbe vermischt hat, hm, weiß ich nicht. Von daher, aber ihr wisst Bescheid. Ich bin soweit fertig und zufrieden mit der Kreation bisher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Labels, das ist ja alles austauschbar. Äh, auch mit einem eckigen würde das ganz toll aussehen. Es kann ja ruhig über die Handschuhe ein bisschen überlappend sein. Oder ihr könnt das sogar da drunter irgendwie fixieren. Und sogar vielleicht ein bisschen sülpen, wie auch immer. Oder einfach weiter nach links ein bisschen verschieben. Das kriegt ihr schon hin, wenn euch das überhaupt gefällt. Also, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.